Katrin, eine Frau um die 40, besucht Frau Böhme im Seniorenheim. Einmal in der Woche tut sie das. Einfach so. Sie ist nicht mit ihr verwandt. Katrin möchte neben ihrem Beruf etwas Sinnvolles tun. Etwas Soziales. Eine Pfarrerin hat ihr dieses Ehrenamt vermittelt. Frau Böhme besuchen. Sie gehen meistens eine Stunde spazieren. Frau Böhme, schon fast 90, spricht gerne. Vor allem über ihre Kindheit. Ich brauche ihr nur zwei, drei Fragen zu stellen. Dann spricht sie eine Stunde ohne Pause, sagt Katrin. Aber ist das denn nicht langweilig für dich, frage ich. Sie überlegt einen Augenblick. Frau Böhme hat mir gestern etwas so Schönes gesagt. Was denn, frage ich. Frau Böhme hat gesagt, sie öffnen mir immer die Tore im Kopf. Jetzt strahlt Katrin. Einem anderen Menschen die Tore im Kopf öffnen. Durch Zuhören. Interessiert sein am anderen. Das macht anscheinend glücklich. Probieren wir es mal aus. Eine gute Zeit Ihnen. Ihr Felix Leibrock